Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Happy Meals heute mit Robeswing Leveln. Ich habe das Ganze gerade eben eingegeben und nach Rating sortiert, damit hier ganz tolle Robeswingle angezeigt werden. Wir gehen einfach mal hier rein. Robeswing Rainbow. Ja. Okay. Links drücken. Und natürlich ein bisschen fallen. Die sind aber schon echt immer gleich aufgebaut. Klar, also was will man da groß ändern, aber ist schon komisch. Ist schon etwas komisch. Schön, dass es immer angezeigt wird, wie man es am besten macht. Und ja genau, ich schaffe es einfach noch zu sterben. Ja geil. Ich bin richtig gut. Ich war selten so von einem Menschen begeistert wie gerade eben, folge ich ja selber. So, halte ich da fest und dann nicht so schnell. Okay? Nicht so schnell. Einfach. Genau. Nein. Alter. War doch, war doch cool. Ja, der war das. Warum kann ich denn hier auswählen? Komm, nee, dann, nee, geh ich lieber hier rein. Black and white. Oh, das war ein cooler Anfang. Ja, das ist ja richtig geil. Viel besser als die anderen. Hä? Wo sind eine Bälle? Warnung. Landminen. Oh, na, ich sehe schon. Oh, nee. Da kann mir eigentlich gar nichts passieren. Nee. Nicht wirklich. Oh. Und. Hoi. Halt dich fest. Alter, wie schön geht das denn? Hoi. Hoi. Ja. Ziemlich cool. Ich verstehe die Bälle nicht ganz, aber kann man ja mal einbauen. Rope Swing Ninja. Nein. Hätte er mich jetzt sonst erschossen, oder was? Warum heißt das Ninja? Warum? Egal. Solange ich das schaffe und überlebe. Oh Gott. Nein. Nein, nein, nein. Ey. So aussichtslos. Ich gucke gleich nochmal, ob der mich da runterkicken würde. Geil. Okay. Ich kann es jetzt schon vergessen. Ganz vergessen. Da hat er noch einen Arm. Ein bisschen Glück geht es, aber das ist einfach zu instabil. Alter. Ja. Das Rope Swing ist vorbei. Ah. Und seine Freundin auch noch. Geil. Boah. Er hat sogar noch sein Schwert im Gesicht. Also verdient auf jeden Fall. Ziemlich verdient. Rope Swing. Sechs. Kenn ich das schon vom letzten Part? Mann. Sekunde mal eben. Mein scheiß Mikrofon rutscht dir wieder rum. So. Okay. Jetzt aber. Hey. Boah. Nochmal, nochmal, nochmal. Ah, okay. Braucht dich gar nicht. Das Geräusch finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Ja. Hurry. Komm mit ins Abenteuerland. Ja, ziemlich cool. Auch wenn ich hier gerade von alleine durchflutsche. Ich hoffe, nichts gedrückt. Und natürlich. Video direkt abgeschlossen. So, jetzt können wir einfach mal nach. Today. Writing gucken. Was lacht mich denn an? Oh, Schwertoweyof. Und das bin ich tot. Hä? Äh. Geil. Anstatt ich noch den da oben mitnehme? Nee. Mann. Ich will das Schert noch benutzen. Danke. So. Geil. Schön. Und. Seid ich den hier treffen? Oh. Double Kill. Da lebt ja noch einer. Aber der kann ruhig weiterleben. Finde ich nicht schlimm. Timmy. Na. Schön. Gut. Geht's weiter. But one. Ja. Nein, nicht da. Bestimmen wir da richtig einfach. Wie immer. Okay. Gut. Das ziehe ich schon mal zurück. Das war nämlich gerade etwas doof und schwer. Ah, nee. Okay. Das geht. Ha, ha, ha. Hm. Kannst du überleben? Wieder eine Box? Nee. Äh. Oh. Explodiert echt viel schneller, als ich gedacht hätte. Ah. Ich lebe. Ich lebe. Mann. Ey, da hat man echt kaum Zeit. Nochmal. Äh. Nee, komm. Noch einmal richtig überleben. Richtig überleben und nicht einfach den Kopf wegplatzen lassen. Ich lasse mir viel zu viel Zeit damit. Ah, schön. Schön. Mein Ananas ist mir ein bisschen zu nah gekommen, aber das finde ich irgendwie cool. So. Ball ist roh, epic. Da geh mal rein. Äh. Nein. Bisschen schwer. Ah, nee, doch nicht. Geil. Und ich treffe schon wieder Death. Oh, Mann. Oh. Habt ihr den Trick gesehen, Leute? Was gibt's da noch? Ein Ball, zwei Bälle, Hilfe. Ich glaube, das sollte, ich glaube, das sollte gar nicht so passieren. Kann das sein? Nein. Lol. Ich hab's einfach abgewehrt. Nein. Ich gewinne. Help. Ja. Ah, okay. Gut. Ich hab das Ding einfach runtergeholt. Das war ziemlich cool. Ah, das war ziemlich cool. Äh. Äh. Spike Fall. Da geh mal rein. Boah, Krebsfarben. Hilfe. Und ich bin tot. Okay. Selbst. Boah, das geht auch nicht. Komm schon. Jetzt aber, jetzt aber. Ich hab nur ganz leicht nach vorne gedrückt. Ja, okay. So wird das auf gar keinen Fall was. Ne. Doch. Das hab ich komplett falsch eingeschätzt. Krass. Minekraft. Pogo Run. Eine awesome Minekraft. Pogo Run. Äh, Must Play. Das war das jetzt. Ah, ob das jetzt so ein Must Play ist? Naja. Meine Videos sind ein Must Watch. Oh. Hui. Geil. Level 3. Doing great. Ah. Komm ich da rein? Oh nie. Nein, nochmal bitte. Ah. Okay. Was war das denn? Hä? Alter, mein. Habt ihr das gehört? Oh, mein Mikrofon rutscht. Hui. Das ist echt behindert. Warte mal. Uah. Uah. Festgedreht. So. Jetzt aber. Hm. 70% Impossible. Klingt ja schon mal recht einfach. Oh Gott. Schön. Hui. Alter, ich dachte schon nicht mehr tot. Hi, der Witzka. Und wie dann da ein Pfeil in Timis Kopf ist und mich das mit Timi verbindet. Das war schön. Das war ziemlich schön. Matrix 6, Omkbest. Hä? Hä? Was ist das denn? Hä? Also, ich drücke gerade nur nach vorne. Ich verstehe den Sinn nicht. Ich mache gar nichts. Ah. Also, muss ich... Was muss ich denn tun? Na, umgedrückt halten. Okay. Ah. Es reagiert erst ein bisschen später. Okay. Ja. Auf jeden Fall ein neues Prinzip, glaube ich. Denke ich mal. Ninja Test. Oh. Hä? Alter. Ich komme nicht raus. Ich werde hier niemals erkommen. Nochmal von vorne. Geil. Äh. Hä? Was soll ich denn tun? Ach so. Das ist ein Ropeswing-Ding. Naja, ist ja eigentlich nicht nötig. Hä? Soll ich da hoch? Nee. Scheinbar soll ich zurück. Okay. Spring ich hier mal runter. Ah. Ich glaube, ich sollte hier wirklich keine... Kein Ropeswing-Ding mehr... Äh, kein Ropeswing. Kein Pogestick mehr haben. Oh. Okay. Nein. Ich hätte es noch mitnehmen können. Nö. Ah. Was ist das denn für ein abgefucktes Level? Hä? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da abging. Ah. Na, 90%. Ey, Potsdamer. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Aber leider doch etwas zu einfach. Awesome Pogo Madness. Ah. Das sieht cool aus. Willkommen zu Awesome Pogo Madness. bei Kevin. By Kevin. Äh. Kevin hat das gemacht. Oh. Ah. Weiche von mir. Satan. Alter. Oh nie. Oh. Hey. Hey. Nein. Nein. Oh. Das war knapp. Ah ja. Nice. Perfekt abgeschätzt, Leute. Nein. Oh. Das war nicht so gut. Aber auch nicht schlecht. Für den ersten Versuch war das ziemlich geil. Schön, dass der Stuhl in meinem Gesicht klebt. Und. Hey. Oh. Hey. Da wirft er den sogar. Kacken dreist. Ja. Ich hab's geschafft. Boah. Werd es bitte los. Ah. Geil. Wie hab ich den denn aus dem Gefecht gesetzt? So richtig schlecht. Okay. Ich werde probieren, da einfach ganz normal drauf zu gehen. Oh, Mann. Das war vielleicht knapp. Oh. Ha. Hilfe. Ne. Nochmal kurz warten. Före mal ein bisschen nach vorne. Okay. Okay. Schön. Ja. Okay. Jetzt sterbe. Dann kann mich das ganze Level am. Arschlecken. Ja. Ich bin's los geworden. Ich dachte echt, die. Runde wäre vorbei. Aber ihr könnt ja schon mal gerne. Den. Part. Bewerten. Ach, das kommt runter. Okay. Ich dachte, nee, wäre noch was. Hallo? Hallo? Ich würde eigentlich ungern da rein. Mann. Richtig, richtig eklig. Komm ich da hoch? Ja. Ich komm da hoch. Nein. Oh. Gut, dass da nichts mehr war. Okay. Können wir es natürlich auch anders probieren. Aber ich glaube, das ist durchaus etwas sicherer. Alter, pass doch auf. Nein, 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 nein. Oh. Mann. Okay. Komm. Ja. Nice. Das ist überhaupt nicht so gedacht, glaube ich. Go away. Nee. Nice. Und hier ist jetzt was? Oh Gott. Da gehen einfach Sachen kaputt. Ha. Guck, ich bössehe dich so wie den anderen gerade. Nein. Geh doch weg. Wie geil. Ich habe es einfach geschafft. Ach du Scheiße. Alter. Oh Mann. Das war ja mal richtig, richtig gutes Level. Das sah gut aus. Und spielerisch gesehen war es auch wirklich mal was anderes. Also mit das beste Level, das ich in den letzten Wochen, Monaten bei Happy Reads gespielt habe. Soweit ich mich erinnere. Gut, dann bewerte den Part nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss Leute, bis dann. Tschüss Leute, bis dann.